Moin Leute, FX NoSkin hier. Heute werde ich dir nur ein Hausloot Challenge machen. Das bedeutet, ich darf nur ein Haus looten und darf dann keine Waffen, kein Heal Stuff mehr mitnehmen. Ja, ich bin gespannt wie es funktioniert. So, los geht's. Ähm, ich hab mir gedacht, dass ich hier landen werde. Das sieht doch gut nach einem schönen Haus aus. Da bin ich nicht gleich mitten in der Stadt. Und das sieht doch eigentlich ganz gemütlich aus. Nicht zu klein, hoffe ich. Ich hab's jetzt nur von der Karte gesehen, das sieht nicht sehr klein aus. Und, ähm, genau. Aber auch kein Riesending. So, deswegen gucken wir jetzt mal, wie es aussieht. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, was ich noch so machen kann. Ah, das sieht doch wirklich gemütlich aus, das Haus. Gehen wir gleich mal runter. Ich hoffe jetzt mal, dass da niemand landet. Das wäre jetzt echt unglücklich. Aber hier wird schon jemand landen, oder? Das wäre jetzt... Also. So, unser gemütliches, kleines Haus. Das sieht ja eigentlich ganz schön aus. So, würde ich sagen, los geht's. Und gucken wir mal, was so alles drin ist. Ähm, ja, eine Truhe. Schon mal sehr schön. Was für... Ja, eine Donnerschrot für den Ziel. Ähm, das ist schon mal sehr gut. Hier, Heal sollten wir auch mitnehmen, so viel wie es geht. Weil man kann es mit einer leichten Variante spielen, sozusagen, dass man Heal schon mitnehmen darf. Oh, gleich noch eine Maschinenpistole. Sehr schön. Aber ich werde versuchen, keinen Heal von Gegnern zu nehmen. Oder ich werde es machen. Und, ähm... Genau, werde da mal gucken. Das sieht, glaube ich, sehr gut aus. Ich glaube, ich nehme jetzt einmal hier den, ähm... Schildsprinkler und nehme dann den Rest mit. Ja. So, dann nehmen wir nochmal die Schildtränke mit. Das ist die Donnerschrot für den Ziel. Die habe ich schon. Ach, shit, man. Ich habe keine Wahlkampfhaffe. Das könnte wirklich ein Problem werden. Ähm, so, warte, sortiere ich sie mir mal kurz. So, ich muss jetzt mal überlegen. Was nehme ich? Soll ich die Granaten mitnehmen oder lieber die Verbände? Shit, das ist jetzt... Das ist jetzt... Oder nehme ich die Kokosnüsse? Die braucht man eigentlich nicht, oder? Oh, man. Kann man das kleine Ding da wegschlagen? Nee, okay, kann man nicht. Ähm, ja, ich nehme die Verbände mit. Auf Wiedersehen, Kokosnüsse. Auf Wiedersehen. So. Weiter geht's. Das heißt, das ist unser Loot für die ganze Runde. Wir haben... Einmal eine Donnerschrotflinte, Verbände, Minis. Die Maschinenpistole und die Granaten. Ja, sind jetzt eine grüne und eine graue Waffe nicht so richtig gute Sachen dabei. Und blöd ist, keine Weitkampfwaffe. Ähm, bei diesen Erweiterungen darf ich auch nichts nehmen, was mir quasi Waffen beschert. Oder ich darf die Waffen dann davon nicht mitnehmen. Ja, gucken wir gleich mal, was wir kriegen. Gewehr recyceln. Buschkrieger. Ich wechsel mal aus. Vielleicht kriegen wir noch was Gutes. Ähm, erster Angriff. Ach, Sturmgewehrs. Sturmgewehrs. Shit, man. Ich hab kein Sturmgewehr. Waffen, die leicht vertrunken, lassen sich schnell nachladen. Das ist wahrscheinlich die Maschinenpistole, oder? Schreibt mal gerne in die Kommentare, was die Maschinenpistole ist oder was das für Waffen sind, wenn ihr es wisst. Ähm. Oh, da ist schon ein Geballer. Komm, dann geh ich diesmal gleich drauf. Oder hier, komm. Das wird ein Granatenkill. Ein legendärer Granatenkill. Seid ihr bereit? Und Wenn das jetzt wirklich ein Kill wird. Oh, nein. Ah! Die kam zurück. Ah, okay. Das war tatsächlich kein Kill. Aber die eine kam ja zurück. Das war ja Mordanschlag. Oh, ich bin schon. Ich hab keine Metze mehr. Ähm. Ja, Metze, Munition darf ich mitnehmen. Oh, da wurde jemand gekillt. Wir stecken uns hinterm Brunnen. Hallo. Kommen sie raus. Oh, da. Und. Schuss. Oh, shit. Stirb. Ja, sehr schön. Oh, der hatte hier. So, was wär mal ein guter Loot. Den Schlüssel. Ja, darf ich mitnehmen, aber mir davon nix holen, leider. Ähm. Oh, Mann. Solchen Loot hätte ich verbrauchen können. Jetzt looten kann ich mir eigentlich sparen. Ich darf ihn nix mehr nehmen. Schild sprengen, klar. Och, hätte ich mir nur das Haus ausgesucht. Das hat viel besseren Loot. Ja. Zu spät ist, zu spät, ne? So. Weil ich werd bald ein Video machen, wo ich, ähm, genau, ne Waffe nutzen werde, die sehr stark ist, weil man damit durch Wände schießen kann. Und, genau, die Gegner können dich quasi nicht abschießen. Die müssen zuerst die Wand kaputt machen. Du kannst durch diese Wand schießen. Das geht nur mit einer Waffe. Die du mit Gold kaufen kannst. Deswegen lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Wenn ihr, äh, genau, das Video nicht verpassen wollt. Und, ja. Dann suche ich mir gleich mal den nächsten Gegner. Ah. Erster. Und jetzt Gewehr recyceln. Das ist beides für Maschinenpistolen. Äh. Eben nicht für... Ein Gewehr. Hab ich aber nicht. Ja. Dann nehm ich jetzt mal... Erster Angriff. Keine Ahnung. Mist. Oh, da höre ich schon was. Hin, da, hin, da, hin, da. Nein. Oh, blöder Baum. Nein. So, jetzt aber. Wo sind sie hin? Da. Ah, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Attacke. Schön. Und? Ich gucke mal mit der Pump. Wo ist er? Ah. Ja, gut, hier war er gar nicht. Hä? Der wurde doch auf den grad geschossen, oder bin ich... Nicht grad klug, hä? Oh, ein Raketen, wer... Dass ich immer sowas in solchen Runden bekommen muss. Das ist echt frech. So. So. Von hier kommen Schüsse, oder? Ja, das sieht doch gut aus, als wäre hier noch jemand. Hier ist echt schön, ich kann immer wieder sagen. Ähm. Nö, erscheint doch nicht von hier. Oh nein, stimmt, ich darf nicht in die Zone geraten. Jetzt muss ich meine Verbände verwenden. Ich hab nicht so viel. Jetzt aber ein paar Gegner hier. Hallo. Ah, da hör ich doch was. Nein, jetzt bin ich... Kann ich mich hier auf diesen Stein stellen und jetzt so... Oh, da kommt, da kommt, da kommt, und... Bam! 152. Bam! Zack. 47. Sehr schön. Oh, die Minis kann ich auch nicht... Oh, ach so. Oh shit, die hab ich automatisch mitgenommen. Ich glaub, ich hatte drei Minis am Anfang, oder? So, jetzt hab ich wieder drei. Ähm, ich bin mir jetzt tatsächlich nicht sicher. Ich weiß, dass ich Minis dabei hatte. Ich glaub, es waren nur drei. Deswegen hab ich dann jetzt zurückgetan. Die sammelt man automatisch auf, fällt mir jetzt. Ist ja gerade aufgefallen. Ist natürlich nicht so gut, aber ich glaube, ich sollte keine mitgenommen haben. Eins trinke ich jetzt auch. So, jetzt wär natürlich gut gewesen, wenn ich noch Kokosnuss hätte, um mich voll zu heilen. Aber, ähm, vielleicht brauch ich später nochmal die Verbände. Müssen wir halt gucken, ne? Ah, Motorrad, sehr schön. Oh, sogar zwei. Das kann ich mir dann jetzt mal gescheit. Gegner suchen. Ah, da ist doch schon einer. Kommen Sie her. Ah, und... Bam! Und, oh. Einfach durch seine Wand durch. Ah, man kann sich nicht richtig umdrehen. Zack. Und jetzt, hepp und... Ah, äh, zack. Und zack. Tod ist er. So schnell geht's. Nein, keine Minis mitnehmen. Jetzt haben die auch alle Minis dabei. Einen will ich noch. Einen Mini. Nein, nicht sechs. Ich will drei. Ich nehm vier und muss mir merken, dass ich einen nicht verbrauchen darf. Ah, ich bin gespannt, ob ich das schaff. Ihr werdet ja erfahren, wenn ihr das Video bis zum Ende guckt. So, was macht mein Motorrad jetzt? Los, wir wollen hier... ...aufs Gegner jagt. Oh, ich hab kein Hinterrad. Deswegen fährt das so. Also merkt euch, das liegt nicht an mir. Das ist eindeutig das Hinter... Ach du, ich wusste gar nicht, dass das platzen kann. Aber, also... Ich fahr geradeaus ohne Schmarrn. Ah, ein bisschen geradeaus kann man... Och du, das ist ja so schwer zu lenken ohne Hinterrad. Das glaubt ihr gar nicht. Ach du Scheiße. Okay, ich glaub, es ist vielleicht klüger, wenn ich laufe. Besser für meine Gesundheit. Und für alles andere. Nächstes Pörkelmörkel. Gewehr Recycling. Tankbare Ingelaste. Das ist doch... Ja. Auch etwas. Och. Wie cool wär's gewesen, wenn in dieser Truhe ein Hammer gewesen wär. Also Hammer, echt einer meiner Lieblingswaffen diese Season. So. Nein. Weg damit. Wo sind denn jetzt Gegner? Ich brauch ein neues Motorrad. Das alte ist... ...wurde mir geklaut. Hier ist kein Motorrad. Ähm... Oh. Darf ich mich hier mitteilen? Nein, wahrscheinlich nicht, ne? Heieiei. Ich hätte nicht gedacht, dass die Challenge so viel auf dieses... Du hast kein Heel geht. Das ist ja schon hart. Da. Da. Ein Auto. Und hier Gegner. So. Ah, da unten sind sie auch schon. So. Radio aus und los geht's. Mit Autos kann ich nämlich umgehen. Das ist ein bisschen anders als mit Motorrädern, ja? Wo sind sie denn jetzt hin? Hallo. Ah, da, 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 da. Ups. Mist. Ich wollte ihn eigentlich leicht berühren. Mache ich mein Auto kaputt? Weißt du, wie viel das gekostet hat? Umsummen. So. Glaub ich spinn. Schießt einfach auf mein neues Auto. Guckt euch das mal an. Nein, nein, nein. Fehlt ja gerade das rechte hintere. Nein. Guck mal, ich hab schon wieder einen Reifen verloren. Was bin ich eigentlich für ein Pechvogel? Und jetzt... Ich glaub, ich hab's echt nicht so mit Fahrzeugen. Ständig gehen mir die Reifen kaputt. Gott sei Dank muss man die nicht kaufen, du. Ich wär pleite, wenn ich in vorne jetzt mal ein neues Auto kaufen müsste. Oh, nein. Ich hab wirklich gelenkt. Das ist alles, äh... Oh, dran vorbei. Oh Gott. Es ist... Das lenkt alles automatisch nach rechts. Äh, gut. Vielleicht, vielleicht... Ich brauch wieder ein neues Gefährt. Das gibt's doch. Und jetzt schießen die da schon wieder. Warte doch. Mein Auto ist kaputt. Und... Oh, nein. Los, 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 los. Davon... Oh, was ist denn hier los? Wildes Ge... Hammer! Boah, das war mal Schaden auf ganz anderem Niveau. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Sieht der mich, oder was? Wo bin ich? Kommt. Oh, oh, er sieht mich. Okay, das ist nicht gut. Bam, ich seh dich auch. Oh, nein. Meine Leben. Meine Leben. Oh, nein. Ich muss weg. Nein, 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 nein. Ich muss die Minis nehmen. Oh Gott. Hier hoch, hier hoch. Und jetzt... War das ein Hammer, den würde ich ja so gerne nehmen. Ja, okay, jetzt wieder Attacke. So, komm ich da rein? Na, oh Gott sei Dank. Ich dachte gerade, ich schaff's nicht dran. Das ist ein Huhn. Das ist nicht die Person, die ich suche. Hallo. Ich will mich an der Person rächen, die mich hier gerade grundlos abgeschossen hat. Wo ist sie hin? Das ist so cool. Also, die verschwinden ja manchmal einfach. Ich hab das Gefühl, die... Die spawnen einfach weg. Wie so ein Minecraft-Charakter. Einfach weg. Aber hier... Hier scheint mir ja auch was los zu sein. Nein. Aber ich muss merken, ich hab nur noch zwei Minis. Ach du, hier ist jetzt aber was los. Hier ist jetzt aber was los. Mach auf. Öffne die Wand. Ah, ich lade schnell nach. Ah, da ist auch noch jemand. Öffnen. Ah. Schuss. Schuss. Oh nein. Schuss. Nachladen, nachladen, nachladen. Hier war doch noch jemand. Oh mein... Oh nein. Die letzten zwei Minis. Ich hab keine Minis mehr. Müssen wir uns merken. Oder... Wisst du was? Ich tu die einfach weg jetzt. Zack so. Oh. Alle. Wo ist er? Ach, hier kommt er jetzt. Achtung. Oh nee. Da ist er schon. Bam. Bam. Ich hab keinen Minis mehr. Ich stirb. Oh nein. Nein, hier kommt noch einer. Rauf aufs Jumpet. Ich muss ganz kurz... Oh Gott. Das ging jetzt ganz schnell rapide runter mit meinem Leben. Schnell hier einmal so ein... Nein, jetzt kommt die Zone auch noch. Warte, was? Was? Ich geh hier drauf. Hack. Hier hin. Und jetzt hier hoch. Und jetzt... Nehme ich erstmal hier so eine Bandage. Och. Und ich hab keine Weitkampfwaffe, mit denen ich den jetzt abschießen kann. Ärgerlich. Ärgerlich. Zack, 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 zack. Die Maschinenpistole löst das auch. Die ist eh die Lösung für jedes Problem. Schlechte Schulnoten. Einfach die Maschinenpistole lösen. Nein, ist natürlich ein Scherz. Oh, ne. Das war jetzt nochmal Damage. Also jetzt nicht viel, aber... Mach auf, mach auf. Und dann kommt mein Schuss. Komm, schieß einmal. Und dann komm ich. Und bam. Oh. Hep. Boom. Das ist meine Taktik. Die kann ich nach mir benennen, dieses... Hüpfen und... Zack. So, jetzt nehme ich schnell eine Bondage. Zwölf Kills. Das ist auch schon wieder hier eine wilde Runde. Das mit dem epischen Sieg wird knapp. Also ein guter Pumpschuss und ich bin direkt tot, ne. Das ist... Also das ist echt eine schwere Challenge. Geht das in eine bestimmte... Oh, warte. Hier war doch gerade jemand. Ist hier jemand? Hallo. Ich habe jemanden gehört. Hallo. Anscheinend nicht. Da sind sie. Aber ich kann nichts tun. Ja, auf die Distanz, da kann man, äh... Genauso gut jetzt Kuchen backen. Mann. Muss ich jetzt aufpassen, ne. Ich darf auch keinen Fallschaden jetzt richtig kassieren. Hier rein da. Hep. Und jetzt... Achso, das geht in eine Richtung. Oh, das wusste ich nicht. Ich will in die andere Richtung. An die fünf Bandagen hatte ich von Anfang an... Ich habe noch drei. Shit. Ja, okay. Da muss ich mir merken. Drei habe ich nur noch. Ähm... So. Da. Da, 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 da. Oh Gott. Von wo kam der Schuss jetzt? Hab dich. Hep. Achtung. Und... Hep. Boah, der Schuss war schön, aber... So ein Schuss von einem Gegner auf mich... Bringt mich direkt um. Nein, jetzt kommt die Zone auch noch, ne. Ah, es ist alles stressig. Felix Lauf. Und hier rechts ist doch auch noch irgendwo ein Gegner. Ich spüre es doch. Ah, da ist ein Jump-It da oben. Da muss ich hin. Zum Jump-It. Oder? Ist hier ein Jump-It? Wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Hier ist kein Jump-It. Ups. Shit. Muss ich jetzt mal heilen? Oh mein Gott. Ich bin tot. Ich bin tot. Nein, bitte nicht. 47 HP. Hä? Ach, das ist so... Das ist so ein Sonderding. Ist ja cool. Könnte ich jetzt echt gut... Hallo. Oh, äh... Ach, das war der Letzte. Das war... Oh, wir haben gewonnen, Leute. Yay. Sorry. Wir haben gewonnen. Wie cool ist das denn? Ich wusste nicht, dass das der Letzte ist. Wir haben gewonnen. Äh... Nice. Äh, bis zum nächsten Video. Lasst gerne ein Abo und Like da. Ähm, schreibt mal in die Kommentare, was ich noch machen könnte. Und danke für jeden, der das Video angeguckt hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.